Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Hier, Tante So schön, ich kann das Dankeschön Schau mal Mein Städtchen vor Ich hab den Floh vergessen Ich hab die Birne davon geschaut Ich hab die Musik Ja Ah, süß Das ist doch der Spinaci, hab ich ja auch Oh mein Gott Spaghetti Ja 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 Das ist Ja 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 Ein bisschen näher gehört ja rein, oder? Also Nelken ist nicht zu viel. Saga! Mein Gott! Was ist denn los? Oh Gott! Oh Gott! Oh Mann! Diese Haare hat mich drauf. Ich brauche nicht mehr geblieben. Ich muss die Käse auch mal dran anziehen. Das hat ja mal eine Fotografie jetzt. Hey! Das war für mich. Krass, ey! Tja, aber jeder tausend gibt's denn was zu. Wollt ihr schneiden, dann hab ich's so rein? Das ist doch ein Herz. Das ist doch ein Herz. Wo war das so, der? Weil... Da haben wir später noch einen Koffen-Photofil. Da haben wir gar nicht übermeidert. Da haben wir alles gut gelassen. Wie steht dazu? Dass es keine Fotos gibt. Später ging's grad besser. Ja. Hm? Nein. 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 Aber lecker essen. Ich mach den Wagen. Absolut wirklich. Ja, ich mach den Wagen. Nein, 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 nein. Ich stehe ja nicht auf Jakobsmuschel. Ja. Ja, Nora war's ein bisschen zu... Eigentlich hab ich nur Schlechte gemacht. Ja, aus dem Hinblick. Was hast du nur Schlechte gemacht? Schlechte. Schmeckt gut. Ja, ich hab's eh gut. Ich hab's da lachen müssen. Oh. Ja, das ist gut. Guck. Oh, der hat auch. Ein schönes Büchlein gekauft. Ja, ja. Ein Wunderkind ist, das darf man nicht vergessen. Ja, ja. Das haben wir immer als Kinder. Habt ihr's zu Hause oder nicht? Nein. Nein. Was haben wir als Kinder vorgelesen bekommen? Nein, nein, nein. Wir lassen's ruhig hoch, wenn er das sieht. Präsentation? Nein. Ja. Kenn ich aber gar nicht. Ich weiß ja, dass ihr euch immer am Ehrensonntag uns hört, weil die Wadi einschleiten, weil er lesen sitzt immer... Das hab ich nicht immer. Ja, genau. Und das liebe ich sehr. Sehr schön. Und deswegen hab ich ihm da mal was Feines reingestellt. Oh, jetzt habt ihr mit der Verärgere. Ja. Wenn er mal lesen kann, dann kann er das auch mal lesen. Wie ist das? Oh, wow, 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 wow. Vorne haben wir ein Elbe, geht bei vier, sie ist so. Ja, bin ich abwech. Aber ich hab das... Lea, Lea, Lea und Frau. Ein bisschen komisch irgendwie. Ein Junge tragen, die ich schon geworden ist, ja? Das ist immer so besser als Chucklin. Dann weiß man, wie es aus dem Ausdruck kommt. Auch nicht. Nein, nein. Das ist schon da. Das ist schon da. Wir haben uns in unserer Arbeit, dann merkt man, Chucklin und Aileen und wie alle heißen. Dann weiß man schon, wo die Hände kommen. Ja, ja. Das war nett. Was ist das? Was ist das? Was ist das? Was ist das? Was ist das?